Hallo! Oder auf Latein? Salvete des Kipuli des Kipuleque. Hier ist wieder eure Pia. In diesem Video möchte ich euch das Distichon, oder auch elegisches Distichon genannt, erklären. Du solltest dazu bereits die Regeln des Gandierens, den Hexameter und den Pentameter kennen. Das Distichon, Pluradistichen, stammt aus dem Griechischen und bedeutet Zweizeiler. Wie der Name bereits ankündigt, besteht das Distichon aus zwei Versen, von denen der erste ein Hexameter und der zweite ein Pentameter ist. Das Distichon wurde häufig von Katul Pruper. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Foodpulcum. 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 3-4-3-3-3-3-4-3-5-5-3-4-4-1-4-4-3-4-4-1-21-3-4-3-2-3. –Fść! Foodpulcum. Undcihin pitchendruncum.